Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ein Preisträger der letzten Awardverleihung, nämlich Dr. Matthias Mayer, ist heute zu uns ins Studio gekommen, um mit uns einmal ein bisschen in die Geschichte reinzutauchen. Es ist eine Bildungssendung, die wir heute machen. Wie ist es eigentlich zu diesem Arztstudium gekommen? Wie ist überhaupt dieses ganze schulmedizinische System aufgebaut worden? Von wem? An der dazumals zum heutigen System. Einfach noch ein bisschen eine Rundumschau, was da alles entstanden ist, aufgebaut wurde und mit welchen Interessenkonflikten da vielleicht auch gearbeitet wurde. Nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, lieber Matthias. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Und bei dir lerne ich immer so viel. Ich mag mich erinnern an deine Anatomie-Sendung, die du mal gemacht hattest in diesem Zusammenhang. Da dachte ich, mein Gott, wie ist ein Mensch aufgebaut. Das war wirklich ein feines Kino. Danke nochmals ganz herzlich dazu. Und jetzt bin ich auch mal gespannt. Wir reden heute über die Entstehungsgesichte der Schulmedizin. Aber wie war es dann vorher? Wie war dann die Arztausbildung vorher bis zu diesem Punkt X? Das ist eigentlich sehr interessant und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, mich damit zu beschäftigen. Aber ich habe mir dann mal ein Buch gekauft und darum ging es vor allen Dingen um genau diesen Wechsel. Weil bis ungefähr 1900 war die Mehrheit der Ärzte naturheilkundlich unterwegs und haben Menschen versucht, in die Gesundung zu bringen. Das war deren Aufgabe. Es kam dann eine Zeit, vor allen Dingen so mit Louis Pasteur und mit Robert Koch in Europa, wo die ganze Mikrobiologie erfunden wurde, beziehungsweise gefunden wurde und da immer mehr Forschung investiert wurde. Und mit der Industrialisierung gab es immer mehr Technik. Man konnte jetzt Mikroskope herstellen, mit denen konnte man eine Zelle sehen oder sogar ein Bakterium. Das war natürlich dann ganz toll, aber dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich endlich, woher das oder das herkommt. Dann auf einmal war alles Bakterien und in den USA war die ganze Geschichte noch nicht so weit. Und es war damals üblich oder sehr prestigereich, wenn man eine Art Praktikum oder eine Hospitation bei Robert Koch oder bei Louis Pasteur machen konnte. Weil wenn man dann zurück in die USA kam, hatte man dann ein Argument, eine Art Privatpraxis zu gründen und ein bisschen höhere Gehälter zu verlangen. Das heißt, um ein eigenes Business aufzubauen, hat man dieses Investment gemacht, nach Europa zu gehen. Das ist ja heute eher andersrum. Und in dieser Zeit entstanden auch die ersten großen Chemiefabriken und Chemiefirmen, wie zum Beispiel Höchst und Bayer im Wuppertal und Leverkusen dann. Und die haben eigentlich angefangen, Färbemittel herzustellen. Da konnte man also Textilien färben und so. Und dieses ganze Konstrukt wurde dann auch gebraucht, um beispielsweise Medikamente herzustellen. Und gerade Ende des 19. Jahrhunderts ging es los mit Tabletten. Das heißt, man konnte seit 1860 Pulver in Tabletten zusammen komprimieren und dann als Tabletten verkaufen. Natürlich ganz toll, da konnte man die Dosierung schön festlegen. Und als 1898 Aspirin veröffentlicht wurde, wurde das dann relativ schnell als Anergetikum und gegen das Fieber. Und es ist ja mittlerweile eines, ich glaube sogar das am meisten verkaufte Medikament der Welt. Die haben eine Auflage von etwa 40.000 Tonnen pro Jahr. Das sind etwa 100 Milliarden Tabletten pro Jahr, die in die Welt gehen. Ein großer Siegeszug der Firma Bayer damals. Und in den USA war gerade diese Unzufriedenheit mit den eigenen Universitätskliniken ein Grund, warum die großen Milliardäre der Zeit, das waren der John D. Rockefeller und der Andrew Carnegie, also für Öl und für Stahl, die beiden Monopolisten, die hatten einen Punkt erreicht, wo sie mit ihrem Business selbst mehr oder weniger abgeschlossen hatten, sich ein bisschen herausgenommen hatten und angefangen haben, philanthropisch arbeiten zu wollen. Wobei, wenn Milliardäre philanthropisch arbeiten, muss man ja immer ein bisschen hellhörig werden, was da genau das Ziel ist. Auf jeden Fall haben die dann einen Menschen losgeschickt, der hieß Abraham Flexner. Und dieser Flexner sollte einen Bericht, eine Lage der Nation für die amerikanischen Universitätskliniken herstellen. Und der Flexner selbst war kein großer Fan von naturheilkundlichen, medizinischen Dingen. Der John D. Rockefeller hatte einen Enkel, der an Scharlach gestorben war. Das heißt, er hatte ein persönliches Interesse herauszufinden, woher es kommt. Gerade die aufkeimende Mikrobiologie war natürlich ganz interessant, das herauszufinden. Also wollte er in Wissenschaft investieren und nicht in Pflanzen und Kräuter. Der Vater von John D. Rockefeller selbst war ja auch ein Mensch, der von Ort zu Ort gegangen ist und Schlangengift und ähnliches Öle verkauft hat. Auch nicht ganz seriös. Der ist dann schneller weg gewesen, als die Leute verstanden haben, dass sie etwas gekauft haben, was nicht wirkt. Der kam dann immer sporadisch nach Hause, hat ein bisschen Geld abgeladen und war dann wieder verschwunden. Das heißt, der Rockefeller hatte schon eine persönliche Beziehung mit dieser Art Medizin. Auf jeden Fall fing der dann an, nach diesem Bericht von Abraham Flexner, der dann gesagt hat, die einzige echte Universitätsklinik, die als Standard hier gelten darf, ist die John Hopkins Universität in Baltimore. Und nach diesem Modell müssen wir alle anderen Universitätskliniken aufbauen. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass etwa die Hälfte aller Universitätskliniken schließen mussten, weil sie diese Standards überhaupt nicht erfüllen konnten. Und der Rockefeller hat dann angefangen, in Universitätskliniken zu investieren. Das heißt, er hat die aufgebaut und auch den Vorstand größtenteils gestellt, die dann wiederum auch bestimmen, welche Ausbildungsinhalte wichtig sind. Naturheilkunde wurde auf einmal zu einem Gebiet, der nicht gefördert wurde oder noch mehr fast schon kriminalisiert wurde. Jeder, der Naturheilkunde macht, ohne einen schulmedizinischen Abschluss, der hat sich strafbar gemacht. Und es gibt Bilder, sogar bis in die 50er Jahre hinein, wo Chiropraktiker im Gefängnis sind, weil sie weiter praktiziert haben, obwohl sie keine Ärzte waren. Und da gibt es dann Bilder von den Leuten draußen, die mit Schilden an der Stehen lassen, unsere Chiropraktiker frei. Und von da aus hat diese Schulmedizin dann Geschichte gemacht, weil immer mehr und mehr Technologie interessant wurde für Leute, die zum Beispiel ins Ohr gucken wollten, hatten dann ein Orthoskop und konnten dann sehen, was im Ohr los ist. Und dementsprechend, wenn man das sehr viel gemacht hat, dann konnte man das besonders gut. Und dementsprechend war man dann ein Ohrenarzt. Jemand, der ein Ophthalmoskop bekommen hat, der konnte dann in den Augenhintergrund schauen und gucken, wie sieht die Retina aus und wie ist da die pathologische Lage. Und dementsprechend wird man dann Augenarzt. Und diese Spezialisierungen konnten dann wiederum dazu führen, dass man ein anderes Gehalt verlangen konnte als ein üblicher Hausarzt. Und das geht dann mit Prestige einher. Das heißt, es wurde dann Technologisierung und Entwicklung von auch persönlichen Interessen der klinisch tätigen Ärzte ein System entwickelt, in dem man sich spezialisiert, auf Symptome guckt und mit der aufkeimenden Chemiefabrik, mit der man auch Tabletten herstellen konnte und dann eine Massenproduktion von beispielsweise Schmerzmedikamenten. Bayer hat ja auch 1898 Heroin auf den Markt gebracht und patentieren lassen. Und das hat dann nicht lang gehalten, als man dann gemerkt hat, wie das abhängig macht und auch zu Todesfällen geführt hat, ist das dann natürlich wieder vom Markt gekommen, aber viel experimentiert wurde in der Zeit. Und dann hatte man eben in den USA dieses System der Schulmedizin aufgebaut und das ist dann durch die Integration von der IG Farben, wir hatten ja hier die Bayer und Höchst und noch andere, ACFA, BASF, die hat der Rockefeller dann aufgekauft und somit unterlag dieser Rockefeller Stiftung nicht nur die ganze Ölindustrie, sondern auch viele der Chemiefabriken, die Medikamente herstellten und jetzt im Nachhinein, nach mehreren Jahrzehnten, auch die ganze Chemie, die hinter der Nahrungsmittelherstellung und Verarbeitung, also beispielsweise hat Bayer dann Monsanto gekauft. Monsanto als Herrscher von Glyphosat ist ja eigentlich auch sehr umstritten. Es gibt Leute, die, oder sehr viele Menschen in den USA, die jetzt klagen gegen Monsanto und Monsanto ist ja raus, das heißt, Bayer muss jetzt dafür gerade stehen und wie sich das weiterentwickelt, wird sehr interessant, weil das sind die Menschen, die beispielsweise auch Agent Orange im Vietnamkrieg hergestellt haben, das sind die Firmen, die nachher die Chemikalien für den Holocaust gemacht haben, das ist geschichtlich auch ein bisschen schwierig. Und von daher haben wir jetzt ein System, wo Menschen für Schulmedizinausbildung und für die Herstellung von Medikamenten, aber auch für unsere Nahrungsmittelproduktion zuständig sind, die in einer Geschichte gefangen sind, die auch sehr viel Negatives mit sich gebracht hat. Glyphosat, vielleicht noch eine Klammer, wurde gerade in der EU wieder entschieden, dass das für zehn Jahre kein Problem ist, gesundheitlich. Die Bewilligung ist jetzt wieder für zehn Jahre zusätzlich erteilt worden, also da kommt man auch nicht mehr aus dem Staunen raus, dass die Faktenlage, die angebliche Faktenlage noch immer nicht ausreichend ist, um so etwas mal zu verbieten. Die Faktenlage ist schon da. Es ist, glaube ich, mehr ein industrielles Interesse, was dahinter steckt. Es gibt Menschen, die haben schon den biochemischen Weg von Glyphosat-Einnahme zum Lymphkrebs gezeigt. Wie diese Kette von Ereignissen ist, die dann nachher zu diesem Symptom führt. Und das ist ja auch eines der Hauptklagepunkte. Und die Leute, die klagen, kriegen ja in den USA recht. Das ist das Dilemma für die Industrie, die das hergestellt hat. Denn die müssen dafür dann bezahlen. Es sind, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Millionen da jetzt schon ausgeschüttet wurden. Aber ich habe das schon richtig verstanden, dass dieser Switch gelingen konnte, hat eigentlich mit viel Lobbyarbeit, mit Geld zu tun gehabt, wo geflossen ist in Universitäten, die gesagt haben, die setzen das um, diese Mikrobiologie, das Robert-Koch-Wissen und, und, und. Und man hat einfach in dieser Welle von faszinierend, da tut sich eine neue Welt an Medizin auf, hat man Geld investiert. Und die anderen, die da nicht mitmachten, die gingen eigentlich dann einfach ab, oder? Genau, so ist das Schulmedizinsystem geboren worden. Es ist jetzt in etwa 120 Jahre alt. Und in der Rest der Menschheitsgeschichte war Naturheilkunde die dominierende Medizinform. Aber ist ja doch überraschend. Ich meine, das sind ja so viele Millionen von Menschen, die innerhalb der Naturheilkunde groß geworden sind, von den Grossmüttern, die Eltern und, und, und. Und jeder hat mit naturerkundlichen Mitteln, mit Kräutern gearbeitet, um die Familie zu überleben. Und plötzlich ist dieses uralte Wissen, wuff, passe, es gilt nur noch das Neueste. Ist schon eine historische, interessante Sache, dass das überhaupt gelingen konnte. Ich denke, man muss da auch ein bisschen die Augen öffnen. Die Medizin ist auch eine Industrie. Es ist ein Geschäft. Und da ist extrem viel Geld in diesem System drin. Und überall, wo sehr viel Geld ist, da hat irgendwer ein Interesse an irgendetwas. Und man sieht es ja sowohl in Europa als auch in den USA, dass diese rotierenden Türen zwischen bestimmten Gruppen, beispielsweise in wissenschaftlichen Zeitungen und zu Pharmaindustrie, zu Politik, dass da die Türen offen sind, von einem zum anderen auch zu wechseln. Und dass man dementsprechend eine gewisse Loyalität zu bestimmten Gruppen hat, ist auch nicht ganz verwunderlich, wenn es auch dem eigenen Interesse dient. Tja, und wie du so schön gesagt hast, wenn es noch unter Strafe gestellt wurde, 50 Jahre Chiropraktiker, dann wird schon der Druck so stark angezogen, dass man wirklich nur noch als schulmedizinischer Arzt agieren kann. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Gegenwart. Wenn ich mir heute die Heilpraktiker anschaue in Deutschland, Schweiz, Österreich, die haben immer mehr einen schwierigen Stand überhaupt zu bestehen. Und es gibt im Hintergrund Bestrebungen, wo man sagen will, dass man das sogar verbieten müsste, weil sie könnten ja auch schaden. Auch die Homöopathie hat, glaube ich, einen ganz schweren Stand momentan in Deutschland. Auch wenn ich selber wenig über Homöopathie weiß und auch nichts davon anwende, aber zumindest habe ich noch nicht von Patienten gehört, dass es ihnen irgendwie geschadet hätte. Und das ist auch ein Begriff, den man heute kennt, die Nebenwirkungen von etwas. Der Begriff Nebenwirkungen ist auch, glaube ich, erstmals unter dem Begriff, den wir jetzt kennen, 1880 oder so in einer Doktorarbeit erwähnt worden, im Sinne von, es ist nicht die gewollte Wirkung eines Medikaments, sondern das passiert irgendwie nebenher. Aber es ist natürlich eine direkte Wirkung des Medikaments. Es gibt keine Nebenwirkungen, es gibt nur Wirkungen. Und nur wer welche Wirkung nachher hat, das ist nicht vorher klar. Es kann sein, dass ich mit einer Schmerztablette bei einem einen einen allergischen Schock habe. Bei dem nächsten kann es sein, dass der einen Hautausschlag bekommt. Die meisten werden wahrscheinlich eine Tablette schlucken, ohne dass ihnen irgendwas Schlimmes passiert. Aber trotzdem ist es die direkte Wirkung. Und ich kann nicht vorhersehen, wer welche Wirkung beziehungsweise Nebenwirkungen hat. Und das Wort Pharmakon ist ursprünglich sowohl Arzneimittel als auch Gift. Das ist das gleiche Wort, was beides bedeuten kann. Das heißt, es ist schon in der Ursprung klar gewesen, dass ein Medikament erstmal nicht zur Gesundheit beiträgt, sondern irgendwas blockiert, was in einem selbstregulatorischen System notwendig wäre. Das heißt, ich glaube schon, dass da viele von den Menschen, die in der Herstellung von oder der Weiterentwicklung des Schulmedizinensystems sind, wissen, dass vieles von dem, was da passiert, nicht zur Gesundheit beitragen kann. Aber da sind wir jetzt. Und die Mehrheit der Bevölkerung kennt das und akzeptiert das, obwohl ich das Gefühl habe, von dem ganz kleinen Anteil der Bevölkerung, den ich kenne, dass der Trend dazu hingeht, wieder zurück ein bisschen in diese Naturheilkunde zu gehen, weil immer mehr Menschen das Gefühl haben, wenn sie zum Arzt gehen, kriegen sie eine Standardtherapie vorgeschlagen, die ihre individuelle Lösung nicht näher kommt. Und das ist irgendwann ein Problem, weil das bringt Frust und dann wird vom Arzt zu Arzt geschoben. Und dann müssen wir noch das ausschließen, dann machen wir noch die Diagnostik und dann, das können wir noch machen, bis man irgendwas findet, was man dann durch irgendeinen Spezialisten korrigieren lassen kann, beziehungsweise therapieren lassen kann. Oder ein Leben lang medikamentös behandelt, die Symptome zu unterdrücken. Und wenn man viele diagnostische Schritte durchläuft, findet man vielleicht auch ein bisschen mehr und dann kann man vielleicht noch ein paar mehr Medikamente nehmen. Die Frage ist nur, ist das sinnvoll für mich als Individuum, möglichst viele Medikamente zu nehmen, um möglichst viele Symptome zu überdecken oder nicht. Und von den Leuten, die zu mir kommen, merke ich, dass diese Perspektive sich ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Ja, das verstehe ich auch, dass die Leute, die zu dir kommen, natürlich einen anderen Horizont haben. Weil man sich ja da ganz bewusst mit der Ursache beschäftigt und nicht nur mit der Wirkung. Aber als Patient habe ich da die Erwartung, dass der Arzt mich mit der richtigen Therapie gesund macht. Und dann kriege ich diese Medikamente und dann nehme ich die ein Leben lang, oder? Also ich glaube, das ist die Masse an Menschen, die immer noch glaubt, dass dieser Mensch in Weiß, der gut ausgebildet ist, wirklich auf Gesundheit ausgerichtet ist. Aber das ist er gar nicht. Er ist auf das Symptom. Er ist auf Krankheit ausgerichtet. Ich habe im Medizinstudium Krankheiten gelernt. Und wie man Standardtherapien für die, für die, für die Diagnose durchsetzt. Und ich habe nicht gelernt, wie kriege ich jemanden wieder gesund. Oder von den Medikamenten weg. Ja genau, wie setze ich Medikamente ab? Das ist gar kein Thema. Gibt es da eigentlich auch gar nicht. Es gibt eine Handvoll Medikamente, die man dann irgendwie mal wieder absetzt. Und die meisten nicht. Aber wenn man das System jetzt anschaut, wie es heute steht, diese Machtstrukturen von der Universitätsausbildung, nur du darfst Arzt sein, wenn du das kannst, was ich dir gesagt habe, bis hin zu der Pharmazier, die Einfluss hat auch noch, da gibt es das und jenes neue Medikament, das hat die und jene Wirkung. Oder bis hin zu, ich weiß nicht, ein bisschen verschwörerisch, Krankheiten zu erfinden, die man behandeln muss und, 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 was auch immer. Wie kann man hier das System, was so stark in eine Einseitigkeit läuft, wieder aufheben? Das ist schwierig, weil allein wie du sagst, die Machtstruktur ist klar. Und ich finde auch nicht, dass man das alles aufbrechen sollte. Ich glaube, es wäre, wie du mal gesagt hast, ganz gut, wenn man herausfindet, bei wem ist welches Verfahren im Moment das geeignetste. Wenn ich zum Beispiel eine 80-jährige Frau habe mit instabilen Kniegelenken und einer Arthrose, die kaum noch laufen kann und dies weit hat zu dem nächsten Chiropraktiker von mir aus und wo klar ist, es geht hier darum, eine Lebensqualität zu ermöglichen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann würde ich vielleicht Knieprothesen machen, damit diese Frau wieder ihr Leben leben kann. Ob das die Ursache behebt oder nicht, ist ja vielleicht gar nicht mehr so entscheidend. Aber das individuell auszuloten, bei wem was am besten sein müsste, das muss man ja auch mit den Patienten sprechen. Was nicht funktioniert, ist, wenn ich angstbasiert berate. Wenn du dieses Medikament nicht nimmst, dann kriegst du einen Schlaganfall. Wenn du diese Operation nicht machen lässt, dann landest du im Rollstuhl. Ich höre das fast jeden Tag von Leuten, die bei irgendwelchen Ärzten waren, die ihnen diese Prognose gegeben haben. Aber das hilft mir nicht dabei, irgendwie mich selbst in einer Gesundung zu entwickeln, weil es macht mir Angst und es schränkt meine Perspektive so ein, dass ich nur noch entscheiden kann, Rollstuhl oder OP. Das sind meine beiden Variablen, die ich habe. Auch wenn das nicht der Realität entspricht. Aber das ist das, was in der Schulmedizin häufig wird auch gesagt, mach bloß nichts an der Halswirbelsäule. Es ist viel zu gefährlich. Leute mit irgendwelchen Problemen am Kopf oder am Hals. Ich hatte sogar einen Kollegen, der sogar in der Ärztekammer manuelle Medizin prüft. Der hat einer meiner Patienten gesagt, lass bloß nichts an deiner Halswirbelsäule machen. Und die hat eine umgekehrte Halswirbelsäulenkurve. Da nichts zu machen, da hat sie keine Chance. Die wird in eine Erkrankung münden irgendwann. Weisst du, ich habe jetzt irgendwie 5.500 Interviews hier in diesem Sender schon geführt und sehe, eigentlich ist diese Medizinausbildung total langweilig. Wenn man nämlich ein bisschen mehr sieht über den Menschen, was ein Mensch überhaupt ausmacht, diese Faszination, was alles ineinander greifen muss, von Ernährung bis Bakterien und, 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 was da alles, dann ist das Arztsein eine unfassbar faszinierende Kooperation zwischen Mensch, Natur und Spiritualität, oder? Das ist ja etwas unfassbar Schönes, oder? Und das andere Schöne daran ist, dass man nie auslernt. Es gibt so viel zu wissen und so viel zu erfahren, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich, bis ich aufhöre, Arzt zu sein, wann auch immer das ist, werde ich nicht aufhören zu lernen. Und das ist ja für mich persönlich auch was Schönes, dass ich einen Beruf habe, wo ich ständig dazu lerne und ständig neue Erfahrungen sammle. Und diese Erfahrungsmedizin wird in der Schulmedizin häufig nicht gut genug gewürdigt, finde ich. Wenn jemand, wir hatten einen manuellen Medizinausbilder, der war 80 Jahre dann alt und der hat das schon 40, 50 Jahre dann gemacht, der musste nur einmal anfassen, der wusste, wo die Blockierungen sind. Und das ist eine Erfahrung, die man nur nachahmen kann, wenn man selbst diese Erfahrung macht. Man kann sie nicht abgucken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Ausbildung anbiete und jemand noch nicht manipulieren kann, ich kann ihm das nicht direkt beibringen. Er muss es üben und selber machen, damit man nachher dieses Feedback von den Patienten ständig bekommt, um daran zu wachsen. Am Anfang wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Und das hinzubekommen, dass es dann in eine gute Erfahrung für mich und für den Patienten mündet und zusammen dann eine Entwicklung zu machen, das ist eigentlich etwas, was ich extrem schätze an dem Beruf. Und wo ich jetzt gerade noch vorhin, dass ich die Zusammenhänge erklärt habe, habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, dass natürlich die Krankenkassensysteme auch da hineingebunden sind und auch nur das bezahlen, was natürlich aus dieser rein schulmedizinischen Betrachtungsweise auch daherkommt. Da spielt Geld sicherlich auch eine große Rolle. Und die Politik wahrscheinlich auch noch, die sich auf das verlässt, was da aus dieser Besparte uns gesagt wird. Man kann naturheilkundliche Verfahren oder Präparate nicht patentieren. Ganz im Gegensatz zu der Schulmedizin. Das ist ja auch der Grund, warum man mal synthetische Vitamine hergestellt hat. Das war der Anfang von Pharmazie. Synthetische Vitamine herstellen, dann die Analgetika oder Moleküle, die eine ähnliche Struktur zu natürlich vorkommenden Moleküle haben mit einer kleinen Änderung, damit man sie nachher patentieren kann. Und dann kann man das skalieren und verkaufen und mit Geld Krankenkassen und irgendwelchen Organisationen damit auch beeinflussen. Und dementsprechend sagen, hier sind die guten Studien, die haben wir alle gemacht. Bitte lasst das zu und bezahlt das für diese Patienten. Und so geht das immer weiter und weiter. Und als naturheilkundlicher Arzt hat man überhaupt keinen Zugang, irgendetwas zu machen, was groß werden kann, weil nichts davon patentierbar oder wirklich skalierbar ist. Ich habe mir gerade so überlegt, was braucht es eigentlich, um so einen ausgebildeten Arzt anzustoßen, in eine faszinierende Welt einzutauchen, wo eigentlich dann so erst der Gang ins Leben, in die Entdeckungsreise erst beginnt. Was ist das für eine Ausbildung, wo du da vorschlagen würdest? Was hat dich so angestoßen? Ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu sein für einen Perspektivenwechsel. Und ich glaube, das ist das Schwerste. Weil wenn man einmal sechs Jahre Schulmedizin hinter sich hat und dann in die Facharzausbildung kommt, dann ist man erstmal in der Position, wo man relativ autark arbeiten kann, nach den Maßstäben, die die Schulmedizin mir gibt. Wenn ich dann Facharzt für Unfallchirurgie bin und ich kann meine Hüftprothesen machen, meine Frakturen operieren, wenn ich Kardiologe bin und meine ganzen Ultraschalls mache und EKGs gut lesen kann und die besten Medikationen alle kennen, dann ist es schwer zu sagen, jetzt kann ich etwas nach meinem Dafürhalten gut und jetzt mache ich irgendwas, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe und fange wieder von vorne an und bin wieder der Anfänger. Das ist fürs Ego sehr schwer und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Weil man erstmal wieder vor dem Patienten steht und all das, was man gelernt hat, irgendwie vergessen soll und den Mensch komplett von Anfang neu sehen soll. und diesen Wechsel zu vollziehen, ich glaube, das ist das Schwerste, weil man das einmal gemacht hat, dann ist man offen für alle möglichen Ausbildungen und deswegen glaube ich, eine ganzheitliche Ausbildung, die die Struktur der Wirbelsäule, aber auch Ernährung und Schlaf und Sport und energetische Prozesse, Mikronährstoffe und vieles andere noch integriert, es muss immer ganzheitlich sein, sonst funktioniert es nicht, weil wir ganzheitlich funktionieren. Also muss auch der Ansatz ganzheitlich sein. Und ganzheitlich ist etwas, was für mich bedeutet, dass ich das System Mensch irgendwie stärke. Egal wie. Das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen machen. Aber nicht, indem ich ein bestimmtes Symptom behandle. Also nicht, dass ich als Therapeut glaube, dass ich irgendwem eine Heilung geben kann oder dass ich ein Symptom reduzieren kann, sondern dass nicht ich entscheide, was bei demjenigen besser werden soll, sondern nicht nur dieses System dazu, in die Lage versitze, sich selbst zu regenerieren, zu verbessern. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und diesen Switch zu machen, das wäre für jemanden wichtig, der diesen Weg einschlagen will. Klar, ich meine, lass mir die Kriege im Dorf, jede Heilung ist eigentlich eine Selbstheilung, oder? So sehe ich das auch. Ich mag mich an ein Zitat erinnern von Prof. Dr. Ulrich Amon. Er ist Dermatologe gewesen und hat mir mal in einer Sendung gesagt, weisst du, so nach 20, 30 Jahren habe ich gedacht, habe ich eigentlich schon jemals einen Patienten geheilt? Was wäre, wenn man mir das Cortisol wegnehmen würde? Was mache ich dann? Und dann hat er sich besonnen und gesagt, das geht so nicht. Eigentlich hat ja all das, was ich mache, auch eine Ursache. Und dann hat er sich mit dem Darm beschäftigt. Und heute ist er ein ganz, ganz wertvoller, großartiger Arzt, der über den Darm schaut, dass letztendlich dermatologische Probleme sich auflösen. Und das war eben das, was du sagst, mutiger Schritt, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen, um die wahren Ursachen von Problemen zu lösen. Ja, und ich glaube, das ist so euer Weg, immer wieder auf Entdeckungsreise. Ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Es gibt niemanden, der neben mir steht und mir zeigt, was ich machen soll. Ich muss es von selbst machen. Und jetzt erinnere ich mich gerade noch an ein Buch, was ich gerade gelesen habe, von ehemaligem Dr. Maximilian Bircher-Benner von 1920 herum, ein uraltes Buch. Er war so ein revolutionärer Arzt, der plötzlich herausgefunden hat, dass er mit einer Umstellung von der Ernährung plötzlich Heilerfolge hatte. Und wie? Und dann frage ich mich, ja, also bitte, das, was ich ja täglich esse, ist doch sicherlich auch ein medizinischer Aspekt. Aber in der Ausbildung ist es kein Aspekt. Ja, hat das nicht der Hippokrates sogar gesagt? Lass Nahrung deine Heilung sein und deine Medizin sein. Und Medizin deine Nahrung. Ja, genau. So ist es. Aber es ist nicht etabliert. Und deshalb ist es wichtig, dass man an Menschen gerät wie an dich, der einfach auch mal sagt, hey, schau auch mal zu, was du isst. Beim Auto schauen wir auch, was für ein Öl wir reinleeren. Und irgendein Salatöl in einen Automotor reingießen, würden wir alle nie machen. Aber wenn es um uns selber geht, dann ist das billigste Öl manchmal wieder gut genug. Leider Gottes. Ich danke dir ganz herzlich für diese Geschichte, für die Erläuterungen, für das Verständnis der Vermittlung. Und jetzt wissen wir, wie das eigentlich alles entstanden ist. Eigentlich teilweise auf wirklich guten Ideen aufgebaut. Wirklich eine revolutionäre Zeit war das. Und das hat dazu geführt, dass ein schulmedizinisches System sich etablieren konnte, das herausragende Leistungen bringen kann im Bereich der Symptombehandlung, der Akutmedizin und so erfolgreich auch so vielen Menschen das Leben rettet. Wenn es aber darum geht, wirklich die Ursachen von gesundheitlichen Problemen zu beheben, ja, dann reicht das einfach nicht. Dann müssen wir uns einen erfahrenen Medizinersucher, der sich weitergebildet hat, auf der Suche nach der Ursache und nach der Wahrheit für ihr gesundheitliches Problem. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.